Ich finde, 4.000 ist eine tolle Zahl. Wir erwarten wieder eine tolle Unterstützung von unseren Leuten, die unsere Mannschaft sicherlich gut gebrauchen kann. Markus, jetzt musst du ins Spiel. Das war ein super Übergang, mein Lieber. Wie das wohl gehen kann. Wie sieht es denn aus bei unseren Jungs? Pekt. Ja, ist natürlich erstmal eine riesen Unterstützung. Nehme ich den Ball gleich auf. 4.000 Leute ist natürlich ein Wort. Das können wir natürlich gebrauchen. Weil Düsseldorf natürlich ein starker Gegner ist. Gespickt mit guten Spielern, gerade in der Offensive von Rufen-Hennings, Überrahman, Usami, Haraguchi. Das sind alles klangvolle Namen, die da auf uns zukommen. Und da werden wir unseren besten Fußball spielen müssen. Da werden wir über die gesamte Spielzeit präsent sein müssen, über die gesamte Spielzeit auch am Limit spielen und kämpfen müssen, wenn wir da was holen wollen. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir da mutig auftreten wollen, dass wir unser Spiel durchziehen wollen. Und da werden wir uns jetzt noch zwei Tage darauf vorbereiten. Und da werden wir uns jetzt noch zwei Tage darauf Kamera aus nuestra time haben. Und da wollen wir uns jetzt noch zwei Tage darauf horen. Und da werden wir uns dann tatsächlich auch system休itationới Myers hätte healthcare oder geschlossen wollen. Und da brauchen wir uns dann mühär ihr es jetzt hier drei Tage hierиля. Und da haben wir gospelumen Ich auch einfach mal wieder Vielen Dank.